Ich mach mal Dolphins, bruhh 15€ Nochmal für die Zellentuch Du wirst die Zellentuch Du wirst die Zellentuch Du wirst die Zellentuch fast durch die Zellentuch Das war's für heute. Ein paar Freispiele wären noch schön. Da sind sie. Die Pause sind weniger als 4 Minuten. Das war's für heute. Na ja, das war ja mager. Das war's für heute. Ich mach noch eine Runde am Merkur für heute und dann ist auch mal Feierabend. So, bis gleich. Eine kurze Runde gibt's noch, weil der mir nicht genau die 70 raushaut. Dann machen wir noch einen 10 auf. Das ist ein Book of Classic. Vielleicht kriegen wir noch mal Freispiele hier. Ach, der macht ja auch Pause. Total vergessen. Dann krieg ich den 10er noch schnell zusammen vor der Pause. Dann buche ich den noch raus. Jetzt kommt Pause. Na gut. So, Pause ist rum und lassen wir den nochmal laufen. Ach, Mann. Wenn der nicht die Reihe geben kann mit 500 Euro. Wäre schön gewesen. Ja. 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 Das war's. Ja, Bukhofer ist wohl nicht mehr gnädig. Schade. Na gut, bis später. So, und zum Abschluss mache ich noch eine Runde Westward. Oder? Das ist möglich. Viel Glück mit Westward. Vielleicht macht er ja noch mal nette Freispiele. Komm Adler, wo bist du? Komm mal vorbeigeflogen hier. Bring mal ein paar Freispiele mit. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ah, da ist er ja. Ja, und? Jawohl, danke schön. Dankeschön, liebes Vögelein, oder Adlan ein, und die Frau jetzt kommen. Ja, Buffalo. Wäre mir die Frau lieber gewesen. Das war's. Das war's. Oh, vier Stück. Okay. 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 Ich bin ja eigentlich auf dem 20 Cent Level. Ist ja nur 30 wegen dem Zusatzeinsatz. Das war's. Dafür war's doch in Ordnung. Komm, nochmal Vögelein, bring nochmal ein paar Freispiele. Das war's. Okay. Das war's. Ja. Musik War ja auch kein Vöglein dabei Hätte ja mal auf 8 gehen können Hätte, hätte Fahrradkette Ich krieg schon die Meldung dass mein Akku leer wird Ich kann ihn eh nicht mehr lang machen Und? Na, kein Vöglein Oh, jetzt wären Sunny Spins gut gewesen Direkt double Direkt mal double guard Komm, Vöglein Flicken runter Für mich Ich mach mal kurz einen Break Gucken wir jetzt, dass wir den Vogel hier nochmal sehen Oder für mich ist auch 5 Feature Felder Da ist mir auch recht Aber wahrscheinlich ist jetzt Ende im Gelände hier Ja 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 Leiter möchte auch nicht mehr sich drücken lassen Ja 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 Untertitelung. BR 2018 Na ja, zumindest hatten wir noch mal was gesehen. Noch mal ein paar Freispiele. Schade, dass jetzt leider nichts mehr kam. Aber so ist das nochmal. Kann ja nicht immer geben. So, ich hoffe es hat euch gefallen. Dann denkt dran, liken, abonnieren, kommentieren, Glocke setzen. Alles das, was mich glücklich macht. Gut. Ja, ich hoffe es hat euch wieder gefallen. Es waren ja tolle Sachen dabei. Ich habe keinen leeren Geldbeutel. Und wir hatten glaube ich eine Menge Spaß. Es war sehr interessant. Dann freue ich mich euch bald wieder zu sehen. Bis dahin. Euer Clubbingman. Schaut zusammen. Macht's gut.